Hi, da sind wir wieder. Heute fahren wir mal endlich an die Sächsische Schweiz. Wir haben es schon so oft versucht, aber nie angekommen. Ständig kam uns was dazwischen. Wetter oder Feuer im Sommer. Gut, dieses Mal hoffen wir Glatz. Wir haben jetzt vier Tage und machen und zwar mit Mova ein schönes langes Wochenende. Also folgt uns weiterhin. Bleibt dabei. Es gibt schöne Bilder und Videos.